So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fernbus Simulator. Wie ihr seht, leider ist München noch geschlossen hier. Aber wir fahren über Augsburg, Nürnberg, bla bla bla. Wir fahren jetzt praktisch von Stuttgart nach Dortmund, aber über den Norden. Wir fahren Berlin, Leipzig, bla bla bla. Also wir sind jetzt richtig gut unterwegs. Wir brauchen jetzt ca. 22 Stunden knapp sind wir unterwegs. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und mit am Stissel seid. Und wir hier quer durch Europa düsen. Ich hoffe, dass wir irgendwann die komplette Karte offen haben. Wir sind jetzt Level 3. Wir haben jetzt auch, glaube ich, irgendwas habe ich gesehen. Also da ist jetzt der Mond offen. Das heißt, wir können wahrscheinlich Nachtfahrt oder 24 Stunden Fahrten oder wie auch immer fahren. Was geil ist, wir können sogar in die Oberpfalz fahren. Aber schade, nicht nach Niederbayern. Aber in die Oberpfalz, nach Regensburg könnten wir fahren. Aber das wäre jetzt eine blöde Strecke gewesen. Wir fahren nach Regensburg, wir fahren wieder zurück. Da wäre jetzt gewesen, zum Beispiel so ein bisschen Deckendorf oder sowas. Aber das ist nicht. Deswegen fahren wir jetzt praktisch über Augsburg nach Franken so ungefähr. Also über Franken, dann hoch in den Norden. Auf jeden Fall sind wir dann am Schluss wieder an unserem Ausgangspunkt, wo wir ja komplett angefangen haben. Und zwar dann wieder zurück in Dortmund. Und dann von da aus, dann schauen wir mal, was wir dann haben. Weil das ist eine sehr lange Strecke jetzt, wie gesagt. Wir sind jetzt fast 22 Stunden unterwegs. Und deswegen wollen wir nicht lange schnacken. Wir wollen direkt rein und die Leute hier einchecken. Und losfahren. Hi. Die Mika Michel. Mika Michel. Also da unten, irgendwo wahrscheinlich. Mika Michel. Hallo. Mika Michel. Gibt es keine Mika Michel? Die gibt's nicht. Aber fand ja nicht über Freiburg. Okay, keine Mika Michel. Nein, nur. Grüezi. Ja, sehr. Ja. Wer ist das denn? Die Eni Pal. Jawohl. Dankeschön. Gerne. Wer ist er? Die Enkel. Mika Michel. Hier ist mein Tick. Julian Bernhard. Jawohl. Dankeschön. Gerne. Die Dame. Servus. Kann ich bei Ihnen ein Ticket kaufen? Klar. Wo wollen sie denn? Auch in Nürnberg. Weil will die Dame? Natürlich kriegen sie ein Ticket. Ich habe schon wieder X gedrückt. Ich habe schon wieder X gedrückt. mit N. Mit N. Deswegen müssen wir... Ah nee, haben wir mehrere. Aber... Nice Deporteur. Aha. Nors. München. Achso, das sind die ganzen Städte, wo es generell drin sind. Denken wir gerade, hä? Aber in Nürnberg fahren wir natürlich. So, kontrollieren. Ciao. Servus. Ui. Der Johnny. Hallo. Bin ich hier richtig? Servus. Das sehen wir gleich. Jawohl. Dankeschön. Gerne. Grüezi. Bin ich hier richtig? Witschurek. Witschurek. Habe ich den nicht schon gelesen, Witschurek. Oder was was anderes da ist, oder? Vielen Dank. Gerne. Dann haben wir hier noch die Dame. Mahlzeit. Hier ist mein Ticket. Die Cora Funk. Ja, die habe ich gerade gelesen, habe ich jetzt gedacht. Paul Lau. Cora Funk. Jawohl. Danke. Gerne. Der gnädige Herr. Servus. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Der Arik Diehl, ja. Grüezi. Ist das fertig? Servus. Der Magnus Beckmann. Ähm, jawohl. Danke sehr. Gerne. Die Dame. Kein Problem, ich komme schon zurecht. Achso, sorry. Dann haben wir die Dame. Ich bin hier richtig. Cheyenne Lemke. Danke schön. Gerne. Danke schön. Lisa Zimmermann. Jawohl. Er hier. Moin. Sie wollen bestimmt mein Ticket. Der Joris Neumann. Jawohl. Ne. Doch. Dann habe ich den Ausdruck gesehen. Äh. Sehr freudig. Da haben wir ihn noch. Grüezi. Bin ich hier richtig? Ja, sind sie. Weil den habe ich auch schon gesehen. Da ist er nämlich. Vielen Dank. Gerne. So, haben wir alle eingecheckt. So wie Leute. Nur ein Koffer. Ernsthaft. Die arme Dame. Die tut mir echt leid, Mann. So, auf geht's. Dann wollen wir mal rein. Guten Tag, liebe Leute. Blablabla. Aber wenig Gäste, ne? Okay, egal. Komm schon, aber. So, da wollen wir mal die Türen schließen. Die Anzeige starten. Wir müssen, oh. Wir müssen nämlich eine neue machen. So, jetzt. Wasser. Dann. Türen zu. Ja. Dann. Dann haben wir die Dings. Die Klimaanlage an. Jawohl, die haben wir an. Dann die raus. Dann machen wir den an. Rein da. Und los geht's. Ich freue mich. Auf geht's. Ich habe jetzt gedacht, der biegt ab. Deswegen bin ich so. So, la, la. Auf jeden Fall. Stylish, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich tierisch. Und auf geht's nach. Jetzt habe ich den Weg vergessen. Egal. Ach, ja, nach Augsburg ist der erste Halt. Nach Augsburg und dann in den Berg. Schade, dass wir nicht nach München können. Ich wäre gern gefahren. Aber vielleicht können wir dann in Level 4 dahin fahren. Jetzt bin ich viel zu weit da rausgefahren. Aber, alles gut. Tanken. Gehen wir tanken. Wir machen voll kurz. Dann wollen wir noch schnell voll tanken. Dann brauchen wir danach nicht so lange an der Tankstelle stehen. Dann machen wir die Parkbremse rein. Auf neutral. Den machen wir aus. Und dann tanken wir den. Und vor allem gehen wir weniger Geld aus. So, dann machen wir voll den Kanister. Und dann können wir los starten. In Richtung Augsburg. Das ist eh nicht weit. Da sind wir dann schnell da. Oh, wie lange ist das der wohl in Augsburg? Wie lange ist das der wohl in Stuttgart? So, sauber. Dann können wir los tigern. Dann machen wir die Bremse wieder raus. Hauen den da an. Und dann fahren wir los. Dann fahren wir da raus. Und dahin geht's. Ich vermisse hier den Fernsehturm. Ja, ich fahre ja schon. Ich fahre ja schon. Ich fahre ja schon. Ich fahre ja schon. Mal gucken, wie es da aussieht. Sehr schöne Stadt, übrigens Augsburg. Eine Fuggerstadt. Oh, oh, Licht wird vielleicht angebracht. Geil, der Tunnel, Bro. Mega Dingens. Jetzt müssen wir hier rüber. Da können wir mal Licht wieder ausmachen. Ja, warum schickst du mich denn da hin, Junge? Achso, okay. Ja, ich hab gedacht. Ja, ich hab gedacht. Okay, alles gut. Ich hab' da hin, Junge. Ich hab' da hin, Junge. Ja, ich hab' da hin. Aber man merkt schon, wir sind im Süden Deutschlands, man sieht das direkt. Das war's für mich. Oh mein Komm in Erinnerung jetzt Komm fahr vorbei Rasten müssen wir noch nicht, sind wir jetzt losgekommen Augsburg werden wir auch noch nicht müssen Ich denke in Nürnberg werden wir müssen Die Jungs links sind schneller als wir, deswegen machen wir denen Platz Die Jungs, ich wollte die Autos haben Die Jungs, können ja auch Mädels sein Schade, dass München noch gesperrt ist Aber vielleicht im nächsten Level Wenn wir die nächste Tour haben Vielleicht haben wir dann auch die ganze Karte offen Wenn nicht, dann muss ich gucken, wie wir das freischalten Weil wie gesagt, DLC, keine Ahnung, kann ich nicht kaufen Und dann der hier vorbei bei uns da Ja Na komm Boah, Bruder, den habe ich gerade noch gesehen Weil ich in den Spiegel geschaut habe Boah, der hell war das knapp Scheiße Das war richtig knapp Meine Fresse Aber wort für Reaktion Ich muss da rein, ich muss da rein, das habe ich vergessen So ein Raudi Jo, ich habe das viel Spick gesehen Egal, dann fahren wir da raus Wir müssen eine Polizeikontrolle Eieieiei Stimmt ja, wir müssen da immer Ach Gott, oh Gott, Andy Einfach logisches Denken, Bruder Wohin Ähm, wohin Okay, davor Eieieiei Eieieiei So, dann schauen wir mal Führerschein haben wir keinen Fahrzeugschein haben wir nicht Licht kaputt Warndreieck verloren Warnweste Keine Ahnung, haben wir geraucht Angeschnallte Fahrgäste Zwei Leute nicht angeschnallt Leute, Leute So geht das nicht, ne? Aber ansonsten Haben wir alle Das hätte mich jetzt interessieren Was die Strafe gekostet hat Wenn zwei Gäste nicht angeschnallt sind Das ist schon geil gemacht Aber gehört dazu, ne? Polizeikontrolle Ich muss mir das bloß merken Ich bin so deppert, ne? Parkplatz? Achso, wir hätten jetzt da parken können Aber egal, wir müssen eh nicht rasten Weil wir sind gerade mal losgefahren So So Nice Witzig Gehört dazu Mich hätte das interessiert, was das gekostet hätte Zum Beispiel, weil es sind ja zwei Fahrgäste Nicht angeschnallt 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 Gewesen Und deswegen Hat mich das jetzt interessiert, was das gekostet hätte Oder was das gekostet hat Wir haben hier eine Baustelle Krass Krass Ja, wir dürfen nicht links fahren, wir dürfen nur rechts Ja, wir dürfen nicht links fahren, wir dürfen nur rechts Ja Dann sehen wir das auch mal Ah, wahrscheinlich deswegen ist das noch nicht offen, München Wegen Baustelle Cool Cool So, schalten wir mal langsam das Licht ein Ich denke, es regnet auch bald Ich sehe halt nix Ich fahre jetzt einfach Ja Alles cool Gut So, jetzt sind wir in Augsburg Sehr schön Aber das hätten sie mehr so als Altstadt Ja, also Obwohl haben sie gemacht, so ein bisschen Altstadt Ja, nice Sieht schön aus Haben sie schön gemacht Na ja, ob man jetzt in Augsburg Berge sieht Vielleicht bei Föhn, aber Ja Aber, okay Oh, das wird gleich so knallen, ne Schau mal wie der Wind geht Und der Himmel Digga, der fällt runter Digga, das wird gleich so knallen hier Aber schön Das haben sie schön gemacht So ein bisschen Altstadt Bei Augsburg ist Altstadt Also wirklich jetzt, Leute Der, der noch nicht war in Augsburg Der sollte da vielleicht mal hin Das ist wirklich schön da Natürlich ist das jetzt nicht das Original, ne Das ist ganz klar Aber Das haben sie trotzdem schön hingebracht Das ist ganz klar WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Schuss, 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 schuss. Schuss, schuss. Gut, dass es kein Randstein war. Was sagt er? Schuss, schuss, schuss. Schuss, schuss, schuss. 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 Die Bummi-Fahrer Roboter-Duck Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hmm. Danke. Bayern-Arena. Muss das echt sein, wirklich. Ja, München, Regensburg. Aber bitte Bayern-Arena, ernsthaft. Werden wir von der Polizei verfolgt? Ja, werden wir. Ach so, wir drehen wir 70. Wei, 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 zwiebeln. Jetzt können wir wieder. Okay, wei, 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 wei. Oh, da ist sie nix. Nicht viel. Nicht viel. Nicht viel. Was sieht es denn aus? Müssen wir rasten? Ja, da könnte man jetzt hier rasten. Was könnten wir jetzt machen, hier rasten? Das machen wir auch. Das heißt, wenn wir schauen, wo wir da rasten können. Hä? Das war doch Rastplatz, oder nicht? Ja, wo sind wir denn? Wir sind ja unten irgendwo. Da ist kein Rastplatz. Ach nee, das war nur Tankstelle. Ach, der kommt erst. Ach, okay. Ich bin zu früh raus. 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 Ich bin zu früh aus. Ich bin zu früh raus. Sieg an diese, Woh-Woh-Woh-Woh. Aber geil gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020